so also wir werden jetzt wir haben die beiden masken und dann werden wir so wo ist die andere jetzt eigentlich glaubt die ist weg ja mir die so groß aber wie machen wir das jetzt also wie lange muss ich warten bis sie weg ist sie geht nach oben sie geht ganz nach oben also welchen hatten wir zorn und freude der zorn das ist nicht so freundlich kommt die hier auch jetzt noch mal also es muss hier dem sein kommt sie so schnell kristallfragment ist das hier ja wertvoll ich bin immer kurz das verkaufen 2000 mit dem die sich auch noch mal können noch mal gucken was wir damit machen ich mir noch ein upgrade 46 können sagen upgrade kaufen theoretisch sniper weiß ich nicht ob ich die so hier hi nein da oben muss ich doch hin wo könnten wir denn noch ein dietrich also brauchen wir noch ein also ich muss einmal noch da noch unten so dann ich hier ist der dietrich ist auch da unten die war das ist woanders das ist da wo ich jetzt eh hin wollte na ich will die tür noch öffnen damit sie halt offen ist kommen wir können einfach im kreis laufen hier ja nicht dass sie gleich mit ihr den weg abschneidet die frage aber ist wie besiege ich die dritte noch oder kann ich sie da besiegen nee warte das ist falsch muss doch aus kann ich die dritte da drin besiegen wo ich eben war weil die kommt ja anscheinend nur da vielleicht kommt sie aber auch irgendwann noch an der anstelle wo man es dann schafft ich mache jetzt einfach das auf weil keine ahnung was ich sonst auch machen soll wir werden das messer drehen wir können das messer auch einfach hierhin tun und ich drehe die schrot muni und sie dann sauer perfekt sechs schuss scharf schützen munition das schmeckt die könnte auch gut reinhauen headshot von der sniper könnte gut wehtun das soll aber noch mehr sein manchmal check ich das nicht oder das gehört nicht dazu na so oft auf die map was war das noch mal hat das war diese das habe ich aufgemacht so von ihr zählt ja auf der treppe würde dann nichts sein oder es muss ja was rechts eigentlich da noch liegen aber das ist halt kaputt ne ich habe das von ihr aufgehoben das ist halt kaputt ne ich weiß es nicht keine ahnung hier weiter der lippenstift der herren ist unauffindbar wer entfindet mögen ach so da haben wir nicht da gefunden ihn hat wahrscheinlich jemand schon zurückgelegt mir mit rausgenommen oder oder mussten wir ihn da hinlegen um irgendwas anderes noch zu machen oder war das hier so hier aufschließen was soll die musik hier soll jetzt auch noch irgendwas liegen ich habe mich erschrocken hat sie nicht gesehen weil mir schreit die los darf wirklich nicht anhalten weil sonst holen die einen so was dann auch aber wie besiege ich die denn was braucht sich den ne doch bestimmt hier schon die letzte silberring noch mal scharfschütze money aber jetzt schon der scheiß controller was haben wir denn noch wie was lässt sich nicht öffnen was habe ich jetzt gemacht warum ist das falsch und ach so das ist jetzt zu ok ja ich hab den weg ja schon gesehen hier könnte sein dass wir jetzt die letzte besiegen können hier oben irgendwo blind money wir kriegen gut munition von allem und jedem da liegt noch mehr was lag was war das letzte war das mit dietrich ja nice wir haben noch mal dietrich gefunden so schnell kann man doch gar nichts machen muss das da wegschieben was was machen die blöden ist sehr gut ok halt mal kurz stell hier Marsch oder lag also wohl nicht umsonst da na Wie soll ich snipen? Das war's, oder? Was ist das jetzt da für ein durchgestrichenes... also ich hab das von da weggenommen, die Trophäe. Warte, ist das ein Dings? Okay. Das ist wichtig. Man muss das anscheinend mitnehmen. Muss ich da jetzt... Ne. Muss ich jetzt hin? Wer zurück? Ich muss da ja irgendwas wieder rein tun, aber was anderes muss ich da rein tun. Das ist auch sch... So, irgendwie verwirrt mich das, das... X da so, ne? Aber eigentlich ist ja nichts mehr. Das ist ja blau. Ne, das ist ja das X. Aber wir kommen da nicht hin. Äh, also entweder kann ich das noch nicht mitnehmen. Aber was... Das kann da nicht rein. Kann so... Da steht aber, das kann so nicht verwendet werden. Aber wie denn? Anders? Ich... Ich bin so ein Idiot. Ich kann das doch bestimmt untersuchen. Und das... Irgendwas hier... Das, äh... So eine Sache, die... Ja. Die musst du einfach nur... Wir sind ihr bespielen machen. Die Sachen alle eigentlich untersuchen. Da sind nämlich... Guck mal, da sind jetzt diese vier dran. So, gut. Eigentlich, ne? Die hättest du auch untersuchen müssen, weil da hättest du auch noch irgendwas machen können. Aber... Ja, gut. Musst du halt... Da nicht. Musst du halt da tatsächlich nicht. So, dann haben wir jetzt aber schon... Wir haben schon alle drei gekillt. Die sind schon mal weg. Das ist immer noch rot. Ich check das nicht. Das... Also das ist so eine Sache. In Resident Evil spielen lässt mich das... Also... Ich hab das die ganze Zeit im Kopf. Ich kann... Oh, scheiße. Äh... Gibt's einen anderen Weg? Das war da. Das war ja... Hier. Wo bin ich da hingekommen? Soll ich nochmal runterspringen? Weiß grad nicht wo... Könnte sein, dass ich... Hier hinkomme, oder? Da wäre auf jeden Fall noch das. Ja, ja. Ich bin tatsächlich hier. Wir machen das kurz, weil... Das fehlt ja auch noch. Das ist jetzt... Ordentlich unnötig Verschwendung, so. Weil das... Äh... Keine Ahnung, was da noch abgeht. Also ich weiß halt nicht... Ob wir jetzt schon am Ende des Spiels sind, weil... Wie die vier Sachen... Eigentlich kann das noch lange nicht das Ende gewesen sein. Also... Keine Ahnung, draußen muss ja noch was abgehen, so. Wo musste ich jetzt hin? Ich gehe einfach weiter. Ich hoffe, jetzt ist hier keiner, weil... Ich hier absolut durch rushe. Hier bin ich jetzt schon wieder... Mhm. So, aber das können wir halt jetzt aufmachen. Mal gucken, was hier drin ist. Und wer ist hier? Okay, Chemikalie. Okay, sieht auch aus wie ein Rätsel. Pistolemonie. Eine Rohrbombe kriegen wir auch. Das ist hier. Pistolemonie. Also da ist Feuer. Und die beiden müssen brennen, oder was? Ja, das ist ja eigentlich obvious. Dass einmal hier das aufzuspringen ist. Weil da ist... Ist halt genau... So in der Art der selbe Riss, ne? Wie eben. Und jetzt schieße ich das einfach da wieder runter. Und jetzt schieße ich den wahrscheinlich einfach nur da hin. Und dann war's das, oder? Das war ein ziemlich leichtes Rätsel wieder. Gucken, was hier drin ist. Ein Auge? Ein blaues Auge? Ein blaues Auge? Also wirklich gar keine Ahnung, wie das sein soll. Du kommst hier wahrscheinlich nicht rein, ne? Aber es ist halt immer noch rot. Warum? Hier könnte noch... Aha. Ist immer noch rot. Hey, gut. Ist noch was. Kristallfragment. Oh, jetzt habe ich einen falschen... Oh, ist es klau. Yay. Aber dass der große Raum damit zugehört, ist irgendwie komisch. Warte mal, wo... Komme ich denn jetzt... Oh, da ist noch rot. Aber... Geh ich jetzt nochmal zurück? Ne, eigentlich... Ne, ne, da gehen wir jetzt nicht nochmal zurück. Könnte halt sein, dass wir da irgendwann eh nochmal rauskommen. Und könnte halt sein, dass dieser Weg da noch mit zugehört. Zu dem roten. Aber wo kommen wir jetzt nochmal raus? Hier. Okay, ich weiß wo. Ups. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Was ist da? Hä? Hä? Hä, was war das? Das ist vor allem auch blau hier. Hä? 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 hiermit bedanke ich mich fürs zuschauen des resident evil village parts ich hoffe er hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann ciao